Yo, was geht ab, Leute? Denkst du am Spaten und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen in einer neuen Folge. Ich hatte gestern recht, der neue Naruto-Skin ist jetzt draußen. Ich werde mir jetzt das Paket kaufen mit dem Creator-Code Denex und damit jemanden gleich Stream snipen. Unter anderem sind auch neue explosive Shurikens draußen. Das wird gleich ultimativ. Also lass dir jetzt schon mal ein Like und Abo da und Creator-Code Denex. Und jetzt viel Spaß beim Stream sniping. Okay, Freunde, ich bin jetzt in der Runde von dem Streamer und ich werde ihn jetzt gleich stream snipen mit den neuen explosiven Shurikens. Das wird extremst geil. Ich gucke nämlich gerade seinen Stream und ich sehe, er geht hier gleich längs. Und ich werde gleich hier mein Emote machen und dann ein bisschen Rahm-Nudeln essen. Und dann bin ich richtig gespannt, wie er auf mich reagiert. Vielleicht glaubt er ja, ich bin ein Bot. Das werden wir gleich erfahren. Oh mein Gott, Leute, dieses neue Update von dem Naruto-Skin ist gerade rausgekommen. Und wir sind gerade schon direkt in einer Runde. Ist das nicht cool, Leute? Leute, hier in der Nähe soll irgendwo ein richtig guter Bot sein, der wohl irgendwie es macht oder so. Schauen gerade und suchen den gerade. Das soll hier irgendwo in der Nähe vom Staudamm sein. Wir suchen den mal und versuchen direkt mit dem zu Team. Vielleicht klappt das, Leute. Wenn es euch gefällt, dann lasst ein Like und lasst ein Abo da. Okay, Freunde, da ist er gerade. Ich werde mich ein bisschen aufmerksam machen. Was war das? Leute, war das eine Waffe? Was ist das hier? Wir haben ja gerade Schaden bekommen. Ey, ey, ich glaub, der hat bemerkt, dass ich hier gerade bin. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, wie er jetzt auf mich reagiert. Oh mein Gott, Leute. Ist das dieser neue Bot? Der ist hier gerade so chinesische Nudeln. Ey, Leute, lass mal versuchen mit dem zu Team. Ich glaub, der war so eine Waffe. Oh mein Gott. Was macht der hier? Das ist einfach der echte Naruto, Leute. Oh mein Gott. Ich hab ja mal eine Waffe gedroppt. Hallo? Oh mein Gott. Ich lauf gerade weg. Und ey, hoffentlich steckt er jetzt wirklich, ich bin ein Bot. Ey, das Ding ist halt, es gibt ja noch einen anderen Bot. Nämlich den Kashi. Und ey, aber so einen Naruto-Bot gibt's gar nicht. Aber ich brake ihn ja damit. Beziehungsweise ich werde ihn gleich damit stream snipen. Oh mein Gott, Leute. Wir laufen ihm ganz schnell hinterher. Er ist einfach so ein Bot, der sich so schnell bewegen kann. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Ich werde ihn dann gleich stream snipen. Aber ich will ihn einmal zu den anderen Boss nochmal hinführen, okay? Damit er richtig eskaliert. Und denkt, hey, hier sind einfach zwei Bots auf einmal. Mein Gott, Leute. Wohin läuft der hin, ey? Leute, sollen wir den kurz einmal antießen? Das machen wir kurz. Oh mein Gott. Er hat mich fast gekillt. Was ist denn das? Ich will ihm doch gerade nur was zeigen. Da bekommt er jetzt eine Strafe. Oh mein Gott, Leute. Der Naruto-Skin hat mich fast gekillt. Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe jetzt nur noch 30 KP. Mann. Noch ein Hit und dann ist er tot. Aber jetzt sind wir schon gleich beim Boss. Und ich bin jetzt gespannt auf seine nächste Reaktion. Oh mein Gott, Leute. Die beiden Bosse. Oh mein Gott, Leute. Das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, Freunde. Wie ihr sehen könnt, hier kann man die neue Waffe auch kaufen. Und ich würde sagen, jetzt stream snipen wir unseren Streamer. Bitte. Leute, dieser Naruto-Skin hat mich gerade gekillt. Itachi und Naruto haben mich gekillt, Leute. Wie kann das denn sein? Ja, Leute. Wir haben ihn down gemacht. Und ey, ich finde die neue Waffe extremst geil. Und natürlich auch den neuen Skin, wie ich es gestern in meinen Videos schon prophezeit habe. Aber Freunde, das soll ja noch nicht alles gewesen sein. Gleich werden wir ihn noch mehr verfolgen. Und ihn noch mehr Angst einjagen. Es wird eine spannende Brunde. Bleibt unbedingt dran. Let's go. Ey, Leute. Ich werde nie wieder zu diesem Boss gehen. Der killt mich ja einfach ohne einen Grund. Ich werde nie wieder da hingehen. Okay, Freunde. Ich bin jetzt in der zweiten Runde. Und ich habe mich wieder in seinen Stream reingeschlichen. Und holy moly. Ich bin jetzt ein Kashi. Ich habe wieder natürlich die neue Waffe am Start. Die neue Mietische. Und ich werde ihn damit richtig heftig gleich ärgern. Leute, ey. Nach der anderen Runde hatte ich gerade gar keinen Bock. Deswegen haben wir gerade eine neue Runde gestartet. Und wir sind gerade mal ein bisschen weiter anders gelandet. Wir haben hier schon echt guten Mood gesammelt. Und jetzt gehen wir erstmal hin. Wir können uns hier erstmal mit diesen Pilze gehen. Dass wir wieder auf 200p kommen. So. Geil. Pass voll zu meinem Skin, Leute. Diese Farbe vor allem. So, Leute. Jetzt suchen wir einfach mal einen Gegner. Und dann können wir mal ein bisschen slurpy die Stars abchecken. Okay, Freunde. Ich verstecke mich hier weiterhin erfolgreich. Er sieht mich gerade nicht. Und mal gucken, was er gleich zu meiner neuen Attacke sagt. Leute. Habt ihr es gesehen? Es ist hier so. So. Piu. So. Piu. Piu. Und dann explodiert. Dieser andere Boss hat das doch gerade auch. Werde ich jetzt hier schon verfolgt? Okay, Freunde. Ey. Richtig geil, wie er darauf reagiert. Ich würde mal sagen, wir werfen gleich einfach noch einen. Aber wir müssen uns ranschleichen. Und wir sind immerhin auch Ninja. Okay, da hinten ist er. Und. Schon wieder. Schon wieder. Das hat so angefackelt. So Feuer, Leute. Schon wieder. Leute, ist das ein neues Update? Oder was ist das? Leute, sind das die neuen Mächte? Diese Roboter? Leute, ich sehe noch gar keine Spieler. Was soll denn das? Wie kann denn das passieren? Okay, Freunde. Ich scheine richtig guter Ninja zu sein. Ich werfe nochmal. Mal gucken, wie weit das überhaupt gehen kann. Okay. Er steht da hinten. Und ich werfe es mal. Leute, was ist das? Ey, richtig erfolgreich. Und die Dinge haben einfach so eine lange Reichweite. So geil. Leute, habt ihr das gerade gesehen? Was wird das denn schon wieder? Aber ich sehe hier doch auch keine Gegner. Zumindest so ein Naruto-Ka-Itachi oder so. Leute, ich sehe das doch hier gar nicht. Wie kann denn das passieren? Okay, Freunde. Jetzt der Allerletzte. Mit dem werde ich natürlich wieder treffen. Und? Leute, schon wieder. Hä? Was ist denn das? Explodiert er schon wieder? Wie geht denn das? Hä? Hier ist doch gar keiner. Und ich komme jetzt zu ihnen angelaufen und werde ihn gleich richtig einfach griffstüßen halten. Oh mein Gott, Leute. Ich gehe schon wieder an dieser Itachi. Ey, der verfolgt mich ja. Jetzt habe ich gerade richtig Angst, Leute. Was ist denn das? Leute, der war doch gerade oben da oben. Aber der war doch gerade mit dem anderen Naruto da oben. Wie kann das jetzt passieren? Und ich würde sagen, los geht's, Andi. Oh, er läuft weg. Nein, nein, nein. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe ihn nicht getroffen. Okay. Jetzt wird er aggressiv. Aber ich hole ihn mir trotzdem. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und er ist richtig gut. Leute, 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 wir holen ihn jetzt. Aber ich habe leider nur 18 AP, also ein Hit und ich versche ihn tot. Wo ist er denn jetzt? Okay, das heißt, ich muss ein bisschen abwarten. Er hat nicht mehr so viel Leben. Und. Ja. Ja. Leute. Hä? Ich wurde schon wieder gekillt. Also wichtig. Ihr müsst aufpassen, denn hier ist irgendeiner in der Tasche wie ein Naruto, der hier rumläuft. Chats sind das Foomsniper? Schreibt mal einer von euch rein. Okay, Freunde. Ey. Oh, er hat eben gerade seinen Chat gepackt, ob das Streamsniper sind. Das ist natürlich nicht so gut. Ich werde ihm gleich noch ein allerletztes Mal Streams halten. Und dann werde ich das Ganze auflösen. Und dann würde ich mal sagen, lassen Sie in die nächste Runde. Okay, Freunde. Wir sind jetzt in der dritten Runde. Und ich bin hier in der Nähe von Misty Mildoves. Denn ich hoffe, ich finde hier diese neuen Roboter. Aber ey, irgendwie Fehlanzeige. Ich sehe hier keine. Allerdings sehe ich den Streamer dort hinten. Oh mein Gott, wie geil. Ich hoffe, der kommt gleich zu mir und denkt, hä, was ist das denn? Denn letztendlich habe ich den neuen Stil jetzt von Naruto ausgewählt. Und ich bin da richtig gespannt, wie er auf mich gleich reagiert. Leute, ihr wisst gar nicht, was gerade abgeht. Ich schaue mir gerade die Gegend um. Und hier soll irgendwo in diesem Update so ein Roboter sein. Und da oben, da ist so ein Roboter, so was Rotes irgendwie so. Vielleicht ist das auch so ein Naruto-Skin. Leute, ich bin mir da nicht so sicher. Aber irgendwo soll ja so ein neues Spot sein. Wir gehen jetzt mal zu dem und schauen, was es da ist. Oh mein Gott, er hat tatsächlich mich gesichtet. Und er ist sogar auf dem Weg zu mir. Aber wir wollen es ihm natürlich nicht einfach machen. Wir werden jetzt einfach auf dem Weg ein paar Granaten werfen. Damit er weiß, hey, das scheint ein sehr gefährlicher Bot zu sein. Hä? Hier wirft so Granaten weg. Was ist denn jetzt hier los? Hä, ist das echt? Ich glaube, der Bot will gar nicht, da ich zu dem Geh. Es scheint wohl sehr gefährlich sein. Aber Leute, wir versuchen uns trotzdem einfach mal hochzugehen. Und versuchen mit ihm zu teamen. Oh mein Gott, Leute. Er ist hier gerade runtergekommen. Was ist denn das für Naruto? Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist tatsächlich bei mir. Und ey, jetzt zeige ich ihm mal meine neuen Fähigkeiten. Und fliege zu ihm und nehme ihn hops. Wow. Leute, das ist bestimmt so ein Stream Sniper. Wir laufen ihm mal ganz schön hinterher, Leute. Oh mein Gott, nein. Ich habe ihn eben gerade verfehlt. Und er schwimmt mir hinterher. Er ist halt richtig gut. Und ich habe ein bisschen Angst, dass er mich gleich hops nimmt. Und ey, er verfolgt mich. Ich glaube, er will mich... Ich glaube, er will sich rächen. Oh mein Gott. Der Stream Sniper ist jetzt dran, Leute. Ich versuche jetzt gleich alles, um ihn zu killen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, ich muss mich gleich hier irgendwie hochbauen. Und ihn irgendwie treffen. Let's go. No, es geht an die Macht. Das schaffe ich irgendwie. Wo ist er? Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Nein. Leute, wir wollten uns doch an ihn rächen. Wir haben ihn jetzt gerade endlich gekillt. Let's go. Okay, Freunde. Ey, die dritte Runde hat anscheinend leider nicht so geklappt, wie ich es mir gedacht habe. Aber er stirbt, glaube ich, jetzt sowieso. Leute. Oh mein Gott. Ich glaube, das war jetzt gerade einfach nur Karma. Ich glaube, das war der Stream Sniper, der mich gerade gekillt hat. Nein, nein. Aber das war anscheinend ein anderer Stream Sniper. Der für uns Stream Sniper ist einfach niemand sicher. Aber Freunde, trotzdem. Ich werde mich gleich beim Lupiet dann entschuldigen für Stream Sniping. Ich werde ihn dann auch aufklären. Freunde, ich gebe ihm die Hand. Und dann checkt doch auch gerne seinen Kanal ab. Der macht nämlich auch YouTube-Videos. Und er würde sich bestimmt über euren Besuch freuen. Und Freunde, ich hoffe, euch hat das Stream Sniper mit den neuen Naruto Skins und mit den neuen Waffen gefallen. Lasst doch bitte Like und Abo da und Creator Code Denex, um dieses Format zu unterstützen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Denex. Haut rein.